Es ist ein schöner Tag. Guten Tag. Ich habe Ihnen das ganze Körper-Treatment vorgestellt. Wir haben eine sehr wichtige Behandlung gemacht, wie man einen Bamboo-Tubes und Incense benutzt. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen eine Idee habt, wie ihr die Moksi-Version fühlt. Wie ihr mit den Bambus-Röhrchen und dem Räucherstäbchen umgeht gelernt und vielleicht schon ein bisschen eine Vorstellung, wie seine Therapie ist. Wer ist hier, der gestern nicht da war? So, wir werden später später ein bisschen die Basis-Technik wiederholen. Er wird später für die ein ganz kleine Wiederholung machen von dieser Grundtechnik. Aber erstens, ich zeige euch ein sehr grundsätzliches Behandlungspunkten. Das ist die Spezialeffektspunkte. Und ihr könnt auch meine Basis-Technik sehen, auf dem Bildschirm. Er wird jetzt erst einmal ein paar spezielle Endpunkte vorstellen. Und die Technik dabei nochmal auf dem Bildschirm. Also auf der Leiter, könnt ihr die sehen. Also wir sind ja bis zu dem Du 12 gekommen, wo es um das nächtliche Weinen von Kindern ging. Und wenn ihr die Behandlung auf der Behandlung präsentiert habt, diese sechs Punkte, called Stomach-Six-Points, für den Träumen für den Stomach. Also das ist eine Kombination, die einfach gut für jede Art von abdominellen Beschwerden ist. Also oberes Abdomen jetzt, Verdauungsapparat. Und wenn ihr ein Problem habt, wie Hyperacidität oder ein schlimmer Stomach, dann gehen diese sechs Punkte hoch. Also sechs Punkte hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was bedeutet sie hoch? Zum Beispiel? Nein, nein. Das sind ja Punkte, die man zum Beispiel bei Hyperacidität oder Magenbeschwerden geben kann. Okay, das sind ja die beiden Blase 17, 18 und 20. Das sind sozusagen die Grundpunkte bei Magen- oder Verdauungsproblematik allgemein. Okay, wenn man aber eine Hyperacidität hat, werden sechs andere Punkte gewählt, das heißt, die wandern nach oben. Das meinte er nämlich mit, die wandern nach oben. Also zum Beispiel, wenn man auch eine Magen-Ulzer hat. Dann sind es die grünen sechs sozusagen. Dann wandern die etwas nach unten. Die sechs blauen sind sozusagen so eine Grundkombination, die erstmal für alles gilt. So, dass sechs Punkte hoch und hoch gehen, depends on the problem. Und wo diese sechs letztlich, oder welche sechs letztlich gewählt werden, hängt dann vom Problem ab. Also gestern hat er ja auch etwas beigebracht, das heißt eben Zick-Zack-Moxer. Zick-Zack-Moxer, you start from number one, number two, number six, right? And number four, number five, number six. Da geht man immer in Zick-Zack sozusagen von oben nach unten, immer hin und her, zweimal. So, this is called Zick-Zack-Moxer. Can I show them how to do it, just one minute?